Das bedeutet, ich muss eben kurz den Titel ändern. Outlast 2 So, aber, ich sag mal so, wo haben wir einen Outlast 2? Okay, da, solange Outlast startet, können wir uns ja mal von gestern die Aufnahme anschauen noch, also die Highlights, die ihr geschnitten habt. Man hört schon im Hintergrund. So, da haben wir einmal die Highlights. Sekunde, ich werde mal ganz kurz hier... den Ton ausmachen. Warte, wir müssen das von vorne angucken. So. Ach, du heiliges Kanonenrohr. Ja, da hann ich mich aber ganz schön erschreckt, du. So, was haben wir denn noch? Was war das? Okay, das war jetzt nicht wirklich super. Was haben wir hier? Es regnet Blut, es regnet den Spielmannsfluch. Was ist das? Ja, läuft, ne? Habe ich doch gut gemacht. So. Das waren die, 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 ne? Ihr wisst Bescheid. So. Dann müsstet ihr alle einmal auf natürlich aktualisieren gehen, ne? Damit das auch bei euch aktualisiert ist. So. Dann machen wir hier... Moment. Ton wieder an. Das kommt rüber. Das kommt drauf. Das kommt drauf. So. So. Moment. Ich muss hier noch die... Eigenschaften. Ich hoffe mal, er zeigt es an. Ja, perfekt. So, Leute. Seid ihr bereit für Outlast 2? Es geht weiter. Es geht weiter. Es geht weiter. Ich darf nur nicht so laut schreien. Sonst schrimpft mein Brüderchen wieder. Ich weiß nicht. Ja, guck mal. Wir hängen immer noch am Fenster, ne? Da wollten wir ja nicht schreien, weil wir schon wieder in dieser scheiß Schule sind. Wir waren schon wieder in dieser scheiß Schule. Und ich muss noch mal ganz kurz raus tappen. So. So. Seid ihr bereit? Für Outlast. Oh Gott, ich bin jetzt nicht. Ich denke, der Sound ist so angenehm, oder? Was ist Input? Ah, hier waren wir. Okay. Ey, diese Schule, ne? Die macht mich irre. Ey, diese Schule, ne? Vor allem, da ist jetzt immer dieses komische Viech oder dieses komische Dings drinnen, ne? Ach, du Scheiße. Man versteht nie, was die sagen. Man versteht nie, was die sagen. Ja, ganz trotzdem. Ey, diese Schule. Ich Plus, ich bin jetzt hier신結七 Jus仙 zuığle. Hey. Wenn mich Hola. Inanna SC flytet nicht hin? Vorsicht nicht hin? Hey. Hey, ich bin jetzt nicht gescht. Hey. Hey, ich bin jetzt nicht schlecht Toyen. Vielen Dank. Halb zehn in Deutschland. Alter, kack die Wand an, ey. Shit. Fuck. Ich hab schon voll Gänsehaut, Mann. Das ist doch grad was gelaufen. Mhm. 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 Ich war es auch schon mal sauberer. Oh Gott, so Menschen. Was ist das da neben mir? Guck, 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 guck nicht mal, das... Hier steht gerade alles, ne? Was war das gerade? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, mach mich nicht schwach. Waren die auf einer Klosterschule, oder? Bist du ein? Vielen Dank. Was ist das? Oh, Alter, dieses Gewackel, ne? Oh, Alter, dieses Gewackel.